Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 27.08.2024 und ja, unser DAX hält ja bisher noch die Fahne recht gut nach oben. Ähm, verteilt sich ja erstmal sein hohes Niveau. Wenn ich da bei den Kryptos, meinen Amerikanern auch gucke, es gab heute einiges, was ein bisschen unter Druck gekommen ist, gerade gegen Nachmittag hin dann. Ähm, wird spannend, ob er das gehalten kriegt, aber im Zweifel für den Angeklagten und, ähm, ich sag's auch immer wieder, unser DAX kann, er muss es nicht, aber er kann sich durchaus da auch mal gegen wehren. Man sieht es jetzt, das habe ich auch öfter schon mal ein bisschen versucht zu erklären, man sieht es selten, dass wenn der Gesamtmarkt schwach ist, der DAX dann irgendwie plus 2% macht, das habe ich noch nie erlebt, ja. Äh, aber viele gehen dem DAX dann short, weil sie denken, okay, der muss jetzt runter, die Amerikaner waren jetzt schwach oder da ist jetzt was schwach und dann bleibt der manchmal einfach auf der Seite stehen und wenn die anderen dann anfangen einzudrehen, dann drückt es den wieder weiter nach oben. Dann muss man einfach immer ein bisschen vorsichtig sein, ähm, und nicht pauschal jetzt erstmal unterstellen, dass der was machen muss, was andere machen. Das ist, äh, das ist ein bisschen eine gefährliche Einstellung. Man sollte sich da eher dann eben an den Signalmarken orientieren, Bereiche suchen, wo man sagt, okay, da drunter kriegt er aus charttechnischer Sicht einfach jetzt einen Drei nach unten und dann gehe ich dort short. Ja, aber man sollte sich verhüten, bevor diese Signale kommen, in der Stärke rein, eben solche Positionen zu suchen, nachher dreht sich der Gesamtmarkt wieder plötzlich ins Positive. Man sitzt hier in einem Short im DAX, weil man dachte, Mensch, der muss doch jetzt mal runter. Dann dreht der ganze Rest hoch und unser DAX auch wieder und man, man, die ganze Trade-Begründung ist vollkommen im Arsch. Ja, also, dahingehend einfach ein bisschen aufpassen, vielleicht leiten wir erstmal kurz her, wo kam er hier gestern, was wollten wir gestern? Gestern haben wir gesagt, wenn er ein bisschen wackeliger reinkommt, können wir nochmal so 580, 550, das wäre nochmal so ein Spot, um sich nach oben zu drehen. Ähm, das hat er gemacht, hat die 550 angelaufen, er kam wackeliger rein, hat sich hochgedrückt, äh, ist gar nicht meine favorisierte Variante gewesen, favorisiert hätte ich tatsächlich eher so einen schönen Start in die 9 Uhr rein, ähm, hoch in die 700, das hat er aber nicht gemacht, naja, er hat dieses wackelige Reinkommen gemacht, aber eben dann auch, ich sag mal eher, diese positive Analyse angenommen, ja, also eben nicht unter die 550 gefallen, nicht Richtung Gap reingedrückt und, ähm, damit, wir haben es auch in Updates von uns geschrieben, ja, tatsächlich ein positiv zu wertender Tag, ja, so komisch das klingt und so wird das auch wirkt im Umfeld von, ähm, wenn ich hier rechts meine Watchliste angucke, gut, die seht ihr nicht, ähm, das ist alles rot, haha, oder vieles, ja, und von daher, mal gucken, wie er sich zum Dienstag schlägt, ich bleibe grundsätzlich dabei, oberhalb von 600 gebe ich ihm seinen Raum nach oben, ähm, nächster interessanter Punkt, er hat nun ja ausgelassen am Montag, bleibt dann für den Dienstag genauso interessant, die 700, Tagesschart-Kante, ja, da drüber könnt ihr schon mal illern hier, 67, 800, wartet, ich scroll mal ein bisschen raus hier, ja, das sind so die nächsten Marken auf der Ebene, aber wir können auch hier in den Tagesschart reingucken und da fällt eben hier insbesondere dann auch die 87, 800 als letztes Markantes hoch hier, hier ist eigentlich in dem Umfeld nichts, außer dann die 700, wir haben wieder eine grüne Tageskerze bekommen, ähm, sollte man auch nicht ignorieren und von daher, er kann erst mal das fortsetzen, was wir gestern gesagt haben und wir haben gestern gesagt, wenn er mal gestern reinkommt, 55 hochdrehen und oberhalb von 600 dann wieder Richtung 670, 700 streben, damit ist er nur noch nicht fertig geworden, ja, aber er hat jetzt noch nichts gemacht, was als Abbruchbedingung dafür gewertet werden kann und wenn man in diesem Wenn-Dann-Denken-Denkt, wie wir das hier eben immer wieder, ich sag mal, predigen, ähm, muss man ihm hier eben den Raum noch umlassen und das kann halt auch sein, dass er dann die Notiz hat, zum Beispiel am frühen Morgen einfach versucht hier oben jetzt noch so ein bisschen Punkte und, äh, Land zu gewinnen halt, nachher hin Richtung 700, ähm, und dann vermutlich auch einen Auspuffprobierter aus dieser Channelkante, also da mal schön drüber sticht, na, das kann 780, 800 werden, kann auch einen Tacken drüber werden, Allzeithoch liegt bei 892, ich glaub, dass es zum Dienstag so wie er momentan, so ruhig wie er momentan ist, äh, nicht unbedingt das, was er jetzt anpeilen würde, ja, aber mal so eine 780, könnte ich mir schon vorstellen, 760, 780, das ist machbar, ja, muss ich da bloß rauskriegen und der Gesamtmarkt sollte nicht unter Druck bleiben, weil bleibt der Gesamtmarkt unter Druck, würde sich wahrscheinlich hier noch ein Tag zur Seite rumhampeln und, ähm, dabei ist es natürlich hier oben relativ eng, ja, habt ihr gemerkt, äh, 500, die alte Abwärtsrennkante hier, die 550, äh, 580, auf der er da rumgeturnt ist, ja, das ist alles hier nicht weit weg jetzt halt, ne, da hat er nicht viel, viel Land, das heißt, 580, 550 bleibt Support, geht da aber tiefer, muss man tatsächlich auch einen Gap Plus bei 450 einplanen, na, das kann so am Dienstag dann, wenn er zum Beispiel schwach reinkommt, auch durchaus, äh, gegen Mittag rum dann schon erreicht werden und dann können wir nochmal probieren, in die Gegenbewegung zu kommen, wobei, da müsste er schon eigentlich per Abwärtsgeprall kommen, damit das zum Mittag erreicht wird, sehe ich gerade, das sind ja dann doch 200 Punkte, ja, aber so 450, 420 ist eigentlich so unten die Hauptanzielzone, wenn er hier oben das jetzt nicht gehalten kriegt, sich auf diesem Niveau, er kann sich aber da oben halten, er kann das schaffen, ja, ähm, wäre bloß eben förderlich, wenn er Gesamtmarkt da eben ein bisschen auch mitspielt, so, das macht es einfach einfacher für den DAX. Gut, Freunde, ja, es geht alles weiter, ja, also eigentlich, die gestrige Analyse ist noch nicht fertig, wir können die so, wie sie ist, einfach beibehalten und sagen, der DAX hat schon durchaus das Potenzial, da jetzt seine 670, 700 noch voll zu machen und wenn er da drüber kommt, äh, geht's, hört sich auf halt, ne, also, Ausbruch rein, mal hier ein bisschen vorschnüffeln, 7,67, 780, ja, hier das setzt so hoch, alles machbar, Dienstag, ja, für mich bleibt der Oberhalb von 600 eher in der positiven Betrachtung, wie gesagt, unterhalb von 600, auch wenn dann die 550 fallen sollte, kann das schon eher dann Richtung 450 hin, drauf hinauslaufen, das würde ich ihm auch noch als kurzfristigen Spielraum einfach zugestehen, ja, und dann müsste man gucken, wie schnell ist da hingekommen, ja, nicht, dass der eine oder andere dann denkt, da wartet der Long des Lebens, ja, also, ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine 450 auch erreichen und er kriegt den Tag nicht zügig ausgekontet und bleibt vielleicht so schwach da unten stehen, kann man am nächsten Tag schon fast auf die 200 schießen, ja, das sind einfach so Folgeziele, die da unten stehen, ist spannend, na, wir gucken mal, aber ich will den Dax noch nicht zu viel verurteilen, solange er sich so gut hält und er hält hier wirklich die Fahne hoch, auch wenn es an anderer Stelle vielleicht nicht ganz so russisch aussieht, ja, gut, Freunde, ich mach jetzt hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, gutes Kling, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.